Wer macht eigentlich die Ansage? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast und das war eine verkackte Ansage, die ich sehr witzig fand. Und deshalb lassen wir sie auch drin. Und ich wollte jetzt mal die Musik von Anfang an starten, also starte ich jetzt die Musik. Und ich mach meine mal kurz ein wenig leise. Oh mein Gott, er hat Dialekt benutzt. Tja, ähm, ich hab jetzt, äh, wir haben jetzt eine Quarry zu bauen. Ah, hä, 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 wir haben sie gefunden. Sie heißt bei mir Steinbruch, verdammt doch mal. Wer nennt eine Quarry Steinbruch? Willst du mich verarschen? Ja, wahrscheinlich einfach nur durch Google-Wasser. Alter, einfach so scheiße, Mann, Steinbruch. Warte mal, warte mal kurz. Translate von Google.de, warte, warte, warte. Quarry heißt im Französischen Kräger. Also eins, was sicher ist, ich mach mir jetzt kurz ne kleine Kiste. Nein, Quarry heißt im deutschen Steinbruch. Hat Google-Übersetzer gesagt. Ja gut, also weiß ich, wie die es übersetzen. Ja. Okay, also wir haben jetzt vor ne Quarry zu bauen, die unter unser Haus hier zu setzen und dann Party zu machen. Nein, natürlich nicht, wir brauchen sehr viel, wir brauchen einfach Zeug. Leute, wir brauchen Zeug, wir haben viel zu wenig. So, die Holztruhe, die hier oben steht, die ist meine, da mach ich jetzt die Sachen meines aktuellen Projekts rein. Okay. Und ich lerne bei hier noch. Warte mal. Ja, Aluminium. Silver. So. Ach komm schon, mein Jetpack soll da nicht hoch. Mein Essen auch nicht. Ach komm, mach mal es halt so. Aufräumen. Okay, da ist kein Platz mehr. Also ich mach jetzt einfach so viele wie möglich. Ich mach einfach so viele Dinges wie möglich, die ich bis ich jetzt hab. So, dann... Äh, Diamanten oder was? Ja, wir müssen Diamanten machen. Wir haben nämlich bemerkt, wir brauchen dafür pro Rat vier Diamanten, sprich acht Diamanten schon allein dafür. Deswegen gehen wir jetzt beide sofort runter in die Mine, ne? Ja, ich lerne gerade nur noch meine... Ach stimmt, ich kann ja einfach runterspringen. Ich klingt so dämlich. Ich verwende die ganze Zeit dafür Jetpack-Power. Obwohl ich einfach nur runterspringen kann wegen meinen Longfall-Boots. Das vergesse ich die ganze Zeit. Und einmal habe ich es nicht an BAM sofort tot, vermutlich. Und wir haben uns auch geeinigt, wir formen jetzt Diamanten. Ja, und gleichzeitig Kohle mit. Damit wir halt so schnell wie möglich jetzt die Query bauen können und damit es erstmal hier los abgeht. Alter, leckt's bei mir gerade rum. Leck ich oder der Server? Alles zusammen. Oder dein Computer? Nein, mein Computer sicherlich nicht. Der Server hat gerade heftigst geleckt. Okay. Ach, die Kohle habe ich auch in den Zahn. Und die Query damit bauen wir uns geeinigt, bauen wir uns an unsere halbe Insel ab. Ja. Habe ich mit Jetpackern? Ja, habe ich. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich baue jetzt diese Kohle hier ab. Und danach baue ich mich einfach in irgendeine scheiß Wand rein. So, Flugmobil. Okay, das passt alles. Hallo, Zombie. Alter, hör auf mit diesem Hallo, das reg mich jetzt schon wieder auf. Eine Sekunde gesagt und zack, regt's mich auf. Hallo, Zombie. Hallo, AK. Hallo, Stein. Hallo, Hals, Maul. Hallo, Cobblestone, hallo Monster Slimes da unten. Hals, M-A-U-L. Moment, wir hatten ein Minensystem gefunden. Wo war das? Shit, ich habe mir keinen Waypoint gesetzt. Wo? Nein, meine Waypoints sind weg, oder? Ja. Waypoints. Ah, ich hasse das. Wieso gehen die Waypoints immer weg? Shit, das war irgendwo in der Neuen-Tunnel. Bist du in der Neuen-Tunnel? Äh, keine Ahnung, ich bin in einem. Wo ist der Neue? Ja, den ich gestern angefangen habe, der irgendwo rechts reingeht. Warte kurz, ich bin jetzt in der Lava-Halle. Ich bin jetzt da bei unserem Treppenaufgang. Schön, da, hallo. Ja. So, und dann... Au, au. Dum, 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 dum. Du leckst bei mir gerade. Ich? Ja. Immer noch? Nope, nicht mehr. Nein, 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 es ging nur... Au, au. Es ging nur darum, dass wir... Iridium, Diamanten... und Kohle. Iridium, Diamanten... Und irgendwelche Mineralien, die du verschwenden kannst fürs Zaubern. Nein, das ist... Da haben wir genug von dem Zeugs. Ich habe eine Hülle gefunden. Oh, hallo, Hülle. Hallo, Hülle. Hallo, kleine Hülle. So. Ich würde sagen, vorschlagen, du gräbst immer zwei Blöcke rechts neben mir. Damit wir einfach... Stimmt, ich laufe dir gerade die ganze Zeit nach. Wieso eigentlich? Ja, also halt... Warte. Genau, da. Perfekt, perfekt. Ja, ich kenne... Ich kenne Strip Mining. Das Problem ist, ich bin schneller. Ja, super. Ich habe Redstone gefunden. Ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Wie immer. Warte. Oder ist das je... Wie viel lang nehmen wir auf? Sechs Minuten. Oh mein Gott, wir nehmen schon sechs Minuten auf. Fick dich, Alter, als ob. Ja. Verarsch mich halt. Kommt das gar vor wie zwei oder drei Minuten? Naja, okay. Mir kommt das vor wie eine Minute, Alter. Ich sollte vielleicht mal Fakting setzen. Egal, ich baue jetzt auch mit dem Diamond Mining Grill ab, weil das andere verbraucht mir eindeutig zu viel Energie. Jo. Mach das. Alter, Lab ist sau wichtig. Ja, was ist das hier? Bau Lab ist auch ab. Sau wichtig. Warte, was habe ich? Ich habe Lead. Oh, das brauchen wir doch gar nicht, oder? Wir brauchen übrigens auch Iridium-Nutzer-Info und das müssen wir auch formen und wissen nicht, woher wir es kriegen. Ja, ich weiß nicht. Wir wissen nicht, auf welcher Ebene das ist. Ja, wo findet man solche Ebenen-Beschreibung? Ja, ich habe gerade geguckt im Wiki, im Fiat Beast-Wiki, aber da stand es auch nicht. Äh, muss ich nachher... Ja, was erwartest du? Irgendwie. Oh, ich habe Smaragda und Gold gefunden. Oder sind das Smaragda? Ja, da. Ja. Ja, Smaragda ist gut. Ach, nee, Green Saphir. Saphire sind auch gut. Ja, das ist schlecht. Und Gold. Gold ist auch gut. Gold brauche ich für meine Zauberstelle. Und außerdem brauchen wir Gold noch für diese Gold... Äh, Gold... Zahnräder. Zahnräder, ja. Ja. Ist gerade der Name für Zahnräder nicht eingefallen. Hm, klar nicht. Also Redstone baue ich jetzt auch allein wegen den XP. Ich habe 31 Level. Wir müssen Bücher verzaubern langsam für Mining Drills. Ja. Erst recht. Weil dann, weißt du, überleg dir mal, einen Diamond Mining Drill mit Efficient C2. Ja, das haut schon rein. Ich würde sagen, dann gehen wir ungefähr so schnell durch den Stein durch, wie ich mit meinem Mining Laser. Mhm. Ich sag dir, dann geht es... Drr, drr, drr. Es gibt's, Alps, Abit. Ungefähr so schnell wie bei Erde geht's dann vermutlich mit Stein. So, ich markiere dir hier, wo Stopp ist. Da irgendwo? Ja. Und dann gehen wir beide wieder, ähm, ein paar Blöcke weiter. Ich komme auf dich zu. Hallo. Zack. Au. Ich habe noch ein Schad gefunden. Wann ist das dunkel bei dir? Ist doch gar nicht dunkel. Bei mir, ich... Also bei mir sieht es nicht dunkel aus. Okay. Jetzt rubb ich hier noch das ganze Zeugs raus, was ich hier noch gefunden habe. Warte, ich krabbe erst einfach mit den Torn. Alter, wie viele hast du noch? Hm? Wie viele hast du jetzt noch? Wie viele was? Hackeln? 43. Vorschwäche. Ja, ein bisschen wäre gut. Ja, warte. Ich glaub nicht kurz durch. Oh, komm. Kriegst die Hälfte. Ich habe nämlich jetzt noch ein 3. Und wir so viel Redstone jemals brauchen werden. Ja, egal. Wenn wir später Redstone-Kabel verwenden. Ah, nein, die brauchen wir nicht. Das darf man nicht. Und dann level up. Das kippert immer so toll. Okay, dann ist hier nichts mehr. Und ich gehe jetzt einfach direkt auf der anderen Seite mal weiter. Ich bin schon auf der anderen Seite. Schau mal, wo ich meinen Gang grabe. Ich habe Gold gefunden. Ach, da lang gräbst du. Ja, ich bin jetzt wieder ganz zurückgegangen. Fuck! Ja, okay. Ach, da glaubst du. Tut mir leid, aber mein Inventar ist voll. Warte, komm. Warte, trifft den. Hast du ein Backpack? Ja, trifft den. Wo sind die Fackeln? Ach, die habe ich gerade wieder eingesammelt. Ah. Danke. Äh, kannst du mir den Canvas-Pad geben? Ja, so. Aber wer wirft doch einfach den ganzen Scheiß-Kobbel weg? Ich glaube, ich habe noch Cheat-Mod. Nein, ich habe Recipe-Mod. Ja, ich werfe den ganzen Kobbel weg. Aber ich mache jetzt erstmal die wichtigen Sachen. Die Saphire, Schaden. Habe ich die Illidium gefunden, bitte? Nein, Aluminium, shit. Ich mache alle die Sachen, die wichtig sind, mache ich da rein. Okay. So, und ich werfe mal hier kurz meinen ganzen Kobbel weg. Oh, was haben wir denn hier? Blue Saphire. Schön. Ja, blaue Saphire sind ganz gut. Ganz gut. Ja, blau. Männlich. Und Saphire. So, Kobbel weg mit dir. Ich brauche keinen Schwein. Alter, ich mache jetzt die Fackeln 1 neben meinen Diamond Mining Drill. Weil ich jetzt keinen Bock habe, immer so weit hin und her zu switchen. Hast eigentlich recht. Noch mehr Kobbel. Gravel Bräu auch nicht. Flint Bräu auch nicht. Das ist Nicolette Bräu auch nicht. Xichorium Zeugs Bräu auch nicht. So, okay. Meine Mütter ist wieder schön. Voll schön. Warte, du kommst jetzt genau hier. Ja, dann gehe ich hier rein. Genau. Ja, wir kommen uns gleich entgegen, denn ich habe Eisen gefunden. Boah, ewiges RIP-Mine. Denn wir sollten uns echt eine Mining-Tuttle bauen oder eine Quarrier einfach. Ja, wir bauen uns, wir sind ja gerade dabei, eine Tuttle zu bauen. Wie gesagt, wenn du Lappes Lazzuli findest, fahrst du ab. Lappes Lazzuli. Hä, was ist denn das für ein Tunnel hier? Oh, okay, cool. Aua. Wo bin ich denn jetzt hier hin? In einem alten Tunnel von uns, in einem Quertunnel von uns, von irgendwas anderes. Anderer. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht, wenn es ganz dunkel ist bei mir, deswegen baue ich hier lieber immer Fackeln hin, aber vermutlich bräuchte ich das noch nicht mehr mehr. Tja. Ach, komm schon. Moment, da kann ich schon mal alles wieder reinschmeißen, weil ich nicht brauche das. Leute, wir haben ja vor ein paar Folgen unsere Mining-Tuttle verloren, durch einen Serverabsturz oder irgendwie so. Auf jeden Fall, wir haben sie verloren. Und da hole ich sie mir jetzt mal gerade wieder und dann schmeißen wir die irgendwo an. Ich werde auch kein Fuel-Level dazu cheaten, sondern einfach nur die ganz normale Turtle. Damit wir die auch mal parallel laufen lassen können, ähm, Turt-Le, 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 Turt-Le. Macht am besten zwei, zwei Ebenen unter uns oder sowas. Aber bitte nicht so, dass ihr uns im Weg rumgeht. Watze habe ich da gefunden, Watzehelle, Watzehelle. Ferros-Ohre, was ist Ferros-Ohre? Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen mal lieber mitbekommen. Sieht so aus wie Iridium-Ohre. Ja, ja, ist echt so. Voll fies. Ähm, dann setze ich die Turt-Le mal hier hin. Also, was für Gesprächsthemen könnten wir dann nochmal nehmen? Why did this new song? Stimmt. Äh, schlecht Werbung. Nein, ähm, also der Song, ich habe mir gleich das Album gekauft, also das kleine, weil ich finde ihn einfach episch. Irgendwie, ich finde zwar, ja, ich finde es toll, dass die es halt alles in Selbstproduktion machen. Ich habe einen Lavasee gefunden. Ach, komm. Re-f-u-e-r. Okay, ähm. Und wieso ist da ein Lavasee? Nicht excavate, sondern Tunnel 50. Aha, tunnel 25. Okay. Gut, die Turtl arbeitet. Aber wir haben voll wenig Kohle nur gefunden. Ach, ich bin wieder in unserer Stronerthöhle. Ja, ja, da bin ich auch gerade schon rausgekommen. So. Und mein Bedpack sieht nicht mehr so rausig aus. Äh, meiner ist noch bei 46% Energielevel. Okay. Faros. Ich habe schon wieder Faros gefunden. Auf jeden Fall, heute hätte ich es mal ja, neuester Song, äh, Halt Dein Maul. Halt Dein Maul? Alter, ehrlich, red nicht drüber, Halt Dein Maul. Ja. Aber der ist echt einfach geil da, das Lied. Muss ich schon sagen. Wir haben es echt drauf, die Jungs. Falls ihr die nicht kennt, äh, geht mal auf YouTube und so. Also, ist ja nicht so, dass ihr jetzt schon auf YouTube seid, aber wenn ihr WhiteTitty nicht kennt, dann... Schaut es euch an, ehrlich. Seid ihr entweder sechs Jahre alt oder Italiener. Was? Keine Ahnung. Die weltgrößten deutschen YouTuber, also wenn ihr... Dann seid ihr nicht deutsch, hallo? Die weltgrößten deutschen YouTuber. Muss man kennen. Die weltgrößten... Was redest du? Die weltgrößten deutschen YouTuber. Ich rede deutsch. Du redest deutsch. Und Unsinn. Doktor Unsinn. Ja, auf der ganzen Welt sind die die größten deutschen YouTuber. Ja. Alter, ich dachte schon, das wärst du. Was dann? Nur nach dem zweiten Schlag habe ich dann bemerkt, dass es nicht du sein kannst, weil du mich nur einmal schreckt meistens. Okay. Also hat dich was angegriffen. Ja, Zombie. Es sah so ähnlich aus wie du. Achso, okay. Ich hab's gerade gekillt. Also kannst es nicht du gewesen sein, sonst würdest du jetzt rumschreien. Nein, ich würde rumschreien. Wow, schfick dich. Ich hatte 20 Level. 26, aber pst. Ist doch scheißegal, ich hab 32. 5. Jo, ich hoffe nur die Turtle arbeitet, wenn ich so weit weg bin. Oder wir so weit weg sind. Wie weit sind wir denn weg? Hm, ziemlich. So. Alter, hier ist ne Höhle mit ziemlich viel Nicolait. Ja, Nicolait brauchen wir nicht. Doch nicht. Noch nicht. Achso. Ja, außerdem wir haben so viele Stacks. Also, haben wir es einfach nicht. Ähm. Kannst du jetzt bitte übrigens mal ein Enchantment Table machen, obwohl wir dafür nochmal zwei Diamanten brauchen? Ja, wir müssen erstmal die das finden hier. Es geht ja, wir finden ja gerade gar nichts. Also, es ist ganz komisch gerade. Wir haben die Technik. Wir haben die Technik, Nicolait. So, dann guck ich jetzt mal kurz zur Turtle. Au. Die weg. Oh, die ist schon ganz älter. Ach, das ist ja der Tunnel. Äh, die Höhle, die du gestern gemacht hast. Was hast du gestern ne Höhle gemacht? Ja, hast du. Ähm. Ich geh mal kurz hoch und mach Lava Zellen. Und wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Ja, wir haben schon sehr... Wieso hat dein Handy nicht geklingelt? Äh, weil ich es nicht gestellt habe. Wieso hast du es nicht gestellt? Ganz einfach. Weil ich gesagt habe, ich gucke genau das, die... Und das habe ich getan. Und festgestellt, dass wir bei 19 Minuten sind. Oh my God. So. Ich zieh mir kurz... Kurz... Oder warte, dann machen wir jetzt einen kurzen Cut. Und sehen uns morgen wieder. Beziehungsweise... Wir sehen uns ja gleich wieder. Wir sehen uns ja die ganze Zeit. Ohohohoho. Genau. Also, dann hoffe ich, es hat euch die Folge gefallen. Und bis morgen. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.